Lulu ist jetzt halt wirklich ein reiner... Uh, da geht's los. Dreckt. Oh mein Gott, das ist ein Bild. Aber der Taunt connected schon mal trotzdem. Zwei Mann Stunt geht durch. Marcel sehr weit vorne. Pride Flash draußen ist damit kurz am Leben. Marcel ist noch ignited. Stirbt. First Blood geht an Prime. Zwei Kill. Zweintracht Spandau. Und Obsess ist noch nicht fertig. Flash über die Wand. Kommt raus. Afro Boy ebenfalls down. Ein Dinasta. Der vierte Kill für Spandau. Nur KXG überlebt. So scheiße. 4 zu 0. Mach das Momentometer blau. Einfach blau, Leute.